So, schon ein bisschen länger her, dass wir Online-Unterricht hatten. Hier nochmal die Kurzzusammenfassung, wie ging das denn nochmal? Also, wichtigstes Tool, Teams. Auf dem Computer installieren, auf dem Tablet installieren, auf dem Handy, irgendwo, das ist absolut wichtig. Solltet ihr eigentlich schon haben, haben wir bis jetzt ja auch weiter genutzt. Wer dahin immer noch Probleme hat und sagt, ich habe gar kein Gerät, bitte direkt bei uns im Sekretariat melden, dann basteln wir irgendwas, dass ihr damit arbeiten könnt. Gut, seid ihr eingeloggt bei Teams, habt ihr erstmal diese Übersicht hier, die ist auf Computer, Tablet, Handy, Apple, Android, Windows, überall gleich. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Online-Unterricht an. Den findet ihr immer hier beim Kalender. Da trägt euer Lehrer regelmäßig ein, wann treffen wir uns. Meistens war das ja einmal morgens um 8 treffen, einmal um 13 Uhr treffen, morgens Besprechung, Nachmittagsbesprechung, vielleicht zwischendurch nochmal. Ihr müsst dann eigentlich nur da draufklicken, teilnehmen. Dann je nachdem, an welchem Gerät ihr sitzt, könnt ihr die Webcam an- oder ausschalten. Meine liegt jetzt hier irgendwo verbuddelt. Mikrofon an, das ist immer sehr wichtig und klickt auf jetzt teilnehmen. Das war's schon. Dann solltet ihr die anderen Schüler alle sehen. Wenn ich jetzt wüsste, wo meine Webcam liegt, egal. Diese drei Punkte helfen euch hier oben, dass ihr das Ganze als Galerie seht, wo irgendwie sechs Leute drauf sind. Oder hier große Galerie, die ganze Klasse. Der hier ist unglaublich wichtig, Handheben, denn der Lehrer schaltet euch meistens erstmal stumm. Und dann seht ihr hier, aha, ich habe meine Hand gehoben. Und dann sieht der Lehrer das und nimmt euch dran und schaltet euch laut. Entsprechend solltet ihr auch diesen Knopf mit dem Mikrofon immer mal wieder ausschalten, mal wieder anschalten. Ansonsten, wenn alle das Mikro anhaben, knirscht es immer ganz viel. Die Kamera bitte anlassen. Wir wollen ja auch sehen, wo ihr seid. Der Lehrer lässt das auch an. Kleiner Tipp, nicht aus dem Bett mit der Klasse telefonieren. Ihr solltet schon wach sein, sonst müsstet ihr auch in der Schule sein. Also so wach kann jeder schon sein, dass er um 8 Uhr morgens die Kamera aktivieren kann und halbwegs wach aussieht. Ja, das war's hierzu. Vielleicht noch der Knopf Inhalte freigeben. Damit könnt ihr euren Bildschirm mal teilen. Falls ihr irgendeine Aufgabe gemacht habt und sagt, hier, Herr Lehrer, ich habe mal was Schickes gemacht, zeigt ihr damit euren Bildschirm und könnt dann zeigen, so sieht es bei mir aus. Oder falls ihr von mir Hilfe braucht, mein Computer funktioniert nicht, dann könnt ihr mir damit auch euren Bildschirm teilen und ich sage euch, ja, der Knopf ist es. Soviel zum Video-Unterricht. Das andere natürlich unglaublich wichtige sind die Aufgaben. Die kriegt ihr immer sortiert nach Dringlichkeit. Hier sind schon so ein paar fällig, die gestern waren. Und dann guckt er immer, okay, was ist jetzt am dringendsten nötig? Das hier ist erst bis 9. November. Hier ist was bis 12. November. Ich zeige nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Klicke ich mal drauf und er sagt, was ihr machen müsst. Meistens gibt es eine Anweisung oder ein Bild. Hier ist ein ganz einfaches. Malt ein Bild von einem Smiley. Und wenn ihr hier nichts weiteres findet, dann müsst ihr hier auf Arbeit hinzufügen. Also ich meine, ihr malt erst mal den schönen Smiley. Dann ladet ihr ihn von eurem Gerät hoch. Beim Handy ist das meistens so, man knipst das. Ihr könnt beim Handy auch direkt hier drauf drücken und ein Foto mit dem Handy machen. Legt ihr das Arbeitsblatt hin und knipst das damit. Hier am Computer habe ich sie jetzt gespeichert. Smiley. Öffnen. So. Legt ihr das Bild hoch, wo ich meine Aufgaben gemacht habe oder das Arbeitsblatt. Fertig. Und ihr drückt hier oben auf Abgeben. Und der Lehrer sieht dann, toll, sie hat seine Aufgabe gemacht. Ihr kriegt ein hübsches Bildchen. Das war ja einfach. Falls ihr nachher sagt, Mist, das habe ich blöd gemacht. Ich habe jetzt noch einen viel besseren Smiley gemacht. Könnt ihr jederzeit hier auf Abgabe rückgängig machen und erneut abgeben. Und sobald der Lehrer das durchgeguckt hat, steht dann hier oben bei Punkte, ja gut gemacht oder das bitte nochmal. Also da auch drauf gucken. Die Alternative zu solchen Aufgaben, wo ihr euer Arbeitsblatt knipsen müsst mit dem Computer oder dem Tablet oder dem Handy, sind solche Aufgaben, bei denen ihr selber was machen müsst. Hier am Computer. Da seht ihr das immer mit so einem kleinen N hier. Das sind diese Notebooks, in denen ihr auch direkt am Tablet drauf malen könnt mit dem Finger. Hier habe ich einfach mal eins gemacht. Mindmap at School. Am Computer finde ich es immer ganz bequem. Irgendwo hin tippen und gleich schreiben. Pencil, Ruler und so weiter. Auf dem Tablet ist hier oben dieser Knopf leichter. Zeichnen. Und dann sozusagen mit dem Finger, dann könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen schön gestalten. Könnt auch da hier auf Text einfügen zum Schreiben. Könnt aber auch hier kreativ werden. Ein bisschen zusortieren und so. Oder auch handschriftlich was schreiben. Das ist nicht so meine Stärke. Na gut. Ja, das sind die Arten von Aufgaben. Wenn ihr hiermit fertig seid, könnt ihr so einfach wieder schließen und auch einfach auf abgeben. Also alles, was ihr hier eingetragen habt, ist dann gleich da. Tja, dann immer noch ganz wichtig, unbedingt den schnellen Draht zu den Lehrern nutzen. Sagen, hier, ich müsste Herrn Bunotte mal was schreiben. Kommt bei uns Lehrern schnell an und wir sind eigentlich für eure Antworten, für eure Fragen immer da. Dann als letztes, wenn ihr hier auf Teams klickt, da ist eigentlich alles gesammelt. Hier seht ihr, hier sind die Aufgaben nochmal drin. Malt ein Bild von eurem Smiley, Mindmap, die Besprechung, die wir gestartet haben in der Online-Konferenz. Und auf Kursnotizbuch hier oben seht ihr auch immer die Aufgaben, die ihr schon gemacht habt. Da gibt es hier, wenn ihr auf den drückt, leider ein bisschen versteckt, Reiter für euren Namen. Ja, ich habe den Schüler jetzt hier mal Namen genommen. Und da sind Hausaufgaben drin. Da findet ihr auch wieder das, was ihr vorhin gerade gemacht habt, das, was ich gerade gezeichnet habe. Das ist dann sozusagen eure Mappe mit allen Sachen, die ihr gemacht habt. Ihr habt auch hier einen Reiter, Kursnotizen. Wenn ihr sagt, ich schreibe mir da mal ein paar Sachen auf, könnt ihr einfach hier drin rumschreiben, Seite hinzufügen, das ist nur für euch. Ja, das wäre eigentlich so das Wichtigste. Dann los mit Online-Unterricht.